Moin, moin, liebe Signores, liebe Signoritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seen und begrüße dich zu einer weiteren Folge der Faktorio Friday Facts, heute mit der Folge 389. Und ich sage euch, für Zugliebhaber und Leute, die in Faktorio nicht auf ihre Züge verzichten wollen, sind das die besten Faktorio Friday Facts seit vielleicht Ewigkeiten. Bevor wir jetzt in das wirklich geile Thema reinjumpen, wir gucken mal einmal ganz kurz, ich will euch nur mal eine Übersicht geben. Hier steht nicht viel Text, wir haben hier viele Bilder und relativ wenig Text dazwischen. Und trotzdem verspreche ich euch, für die Leute, die Züge lieben, leben, lieben, beides, ist das hier großartig. Macht euch auf was gefasst, das ändert das komplette Zugsystem, die komplette Art, wie wir momentan mit Zügen interagieren, wird über den Haufen geworfen. Und weil man die Entwickler einfach loben muss, können wir alles weiterhin so machen, wie wir es gewohnt sind, wenn wir wollen. Aber wir kriegen eine Reihe von neuen Tools, die ich persönlich einfach wahrscheinlich ausschließlich benutzen werde und alles, was ich bis jetzt über Züge weiß, über den Haufen werfe. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an meine Patreons da hinten, die mich so großzügig unterstützen. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Also herzlichen Dank. Was sind jetzt aber diese großen Änderungen, von denen ich hier schwärme? Das erste Puzzlestück, das wir verstehen müssen, sind die neuen Trains. Schedule Interrupts, okay? Ihr kennt das Problem. Ihr habt ein Zugsystem, ihr habt da verschiedene Züge im Umlauf und irgendwann läuft diesen Zügen immer der Treibstoff aus. Das heißt, ihr müsst irgendwie Tankstellen bauen. Da gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Möglichkeiten. Man hat eine zentrale Tankstelle und alle Züge müssen da irgendwie in ihrem Trainstop regelmäßig hinfahren, in ihrem Fahrplan oder aber jede Zuglinie hat irgendwo ihre eigene Tankstelle beziehungsweise man macht einfach die Treibstoffbefüllung direkt an den anderen Zughaltestationen mit. Also zum Beispiel irgendwo, wo ihr Eisenerz einladet, kriegen die Lokomotiven dann auch ein bisschen Kohle mit rein, damit die Dinge einfach weiterfahren. Das Ganze immer und immer wieder einzustellen und dafür zu sorgen, dass die Züge niemals ohne Treibstoff dastehen und dass jede Zugstation im besten Fall ihren eigenen Treibstoff irgendwie vor Ort hat, das ist ziemlich repetitive und ziemlich langweilig. Das sind die Worte der Entwickler. Und deshalb haben sie sich diese Train Schedule Interrupts ausgedacht. Das ist jetzt eine neue Art von Kondition, die ihr einstellen könnt, eine Bedingung, wollte ich sagen. Und dann bekommt der Zug, wir können uns das hier unten angucken, einen neuen Fahrplan zwischengeschoben. Ihr könnt also, hier unten könnt ihr das sehen, das ist der normale Fahrplan, da unten ist die neue Schaltfläche, Add Interrupt. Und wenn man da raufklickt und das hier anpasst, öffnet sich dieses Fenster. Da kann man einmal eine Kondition eingeben, hier zum Beispiel Benzin unter 50. Dann soll er zur Refuel-Bahnstation fahren, die heißt wohl so, und soll dort bleiben, bis er entweder, ne, bis er auf 100 Kohle hat und 5 Sekunden inaktiv ist. Und dann darf er losfahren und seinen eigentlichen Stopp wieder nehmen, wo er eigentlich hin wollte. Diese Bedingungen werden immer überprüft, wenn ein Zug eine Station verlässt. Also, stellen wir uns mal hypothetisch vor, ihr habt einen Eisenerzzug, der fährt jetzt zu eurem Eisenerz, wird da beladen und soll dann zu eurer Eisenerz-Schmiede fahren. Der Moment, wo die Wartekonditionen erfüllt sind am Eisenerz-Bahnhof, überprüft er einmal, ob irgendwo eine Interrupt-Kondition erfüllt ist. In diesem Fall würde er also gucken, hey, mein Benzin, ist das unter 50? Habe ich unter 50 Kohle? Wenn nein, passiert gar nichts, dann fährt er einfach zu eurer Eisenschmiede und alles ist gut. Hat er aber die Kondition jetzt bestätigt und die Bedingungen bestätigt und sagt, Jo, ich habe weniger als 50 Benzin, dann, und das ist jetzt ganz wichtig, deshalb nehme ich mir die Zeit, euch das zu erklären, wird diese Zugstation Refuel hier unten jetzt zwischengeschoben. Das ist, in Anführungsstrichen, nur eine temporäre Haltestation. Er fährt da jetzt nur ein einziges Mal hin. Ihr kennt die temporären Stationen bereits, wenn ihr im Zug sitzt und er klickt irgendwo mit Steuerung links auf die Gleise und dann fährt der Zug da hin und macht da einen imaginären Trainstop hin, an dem er dann halten kann. Und genau dasselbe passiert jetzt. Ihr habt also Station A, euer Eisenerz, Station B, eure Eisenschmiede und wenn er zu groß hat, guckt, da habe ich genug Benzin. Wenn er nicht genug Benzin hat, dann schiebt er zwischen A und B quasi die Tankstelle. Fährt er hin, bis die Wartekonditionen dort erfüllt sind, dann löscht er diesen Eintrag sofort wieder aus seiner Liste und macht weiter wie gehabt und fährt dann zu B, zu eurer Eisenschmiede. Das muss man jetzt wirklich einmal genau so verstehen, damit man gleich die nächsten logischen Schritte daraus nachvollziehen kann. Die Bedingungen, die wir einstellen können bei diesen Interrupts, sind überwiegend dieselben wie die Wartekonditionen, die wir bereits kennen. Also namentlich, Sie haben sie hier oben einmal aufgeschrieben, volle oder leere Cargo, Schaltkreiskondition, Item oder Fluidanzahl und so weiter und so fort. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialkommandos, die wir für diese Interrupts benutzen können, da kommen wir später drauf zu sprechen. Jetzt ist erstmal der sehr interessante Punkt, dass die Züge und mithilfe dieser Interrupts auch ihren Lagerbestand, den sie also gerade selbst in ihren Güterwaggons oder Fluidwaggons haben, überprüfen können. Und dadurch können wir generische Züge erstellen. Wir können also, man sieht es hier unten, einen Zug so programmieren, der folgende Logik hat. Hier, wenn du Benzin baust, das haben wir uns eben angeguckt, dann fahr zur Tankstelle. Jetzt hat er aber noch drei weitere Bedingungen, und zwar einmal Cargo, Eisenerz. Und hier wird jetzt geguckt, die Kondition ist, das Eisenerz, das du in deinen Waggons hast, ist nicht Null. Also er muss irgendwie mindestens ein, bis unendlich viele Eisenerz-Items im Geladen haben, der Zug. Und wenn das der Fall ist, wenn er mindestens ein Eisenerz hat, dann soll dein nächstes Ziel der Bahnhof sein, wo wir Eisenerz rausschmeißen. Zum Beispiel die Eisenerz-Schmiede. Das funktioniert wunderbar. Einen einzelnen Zug hätte man so auch schon vorher einstellen können. Wenn wir jetzt aber das kombinieren mit diesen zwei anderen Anwendungen hier unten, dasselbe nochmal für Kupfer und Kohle einstellen, haben wir auf einmal einen Zug, der immer, wenn er einen Bahnhof verlässt, guckt, was habe ich eigentlich geladen? Ich habe Eisenerz, ah, dann soll ich wahrscheinlich zum Eisenerz-Auswurf, wo immer das hin soll, hinfahren. Habe ich aber Kupfererz geladen, wenn er sich selbst anguckt und er findet Kupfererz, und wir haben diesen Interrupt hier eingestellt, hier unten mit Kupfer, dann wird er sehen, ich habe Kupfererz, dann soll ich wahrscheinlich dahin, wo Kupferplatten hergestellt werden. Oder er teilt Kohle und soll dann zur Granatenproduktion oder zur Raffinerie oder wo immer die Kohle gebraucht wird. Das heißt, auf einmal könnt ihr diese Anweisungen hier unten, diese vier Anweisungen, jedem eurer Züge copy-pasten, überall sagt ihr denselben Zügen, ey, wenn du Eisenerz hast, Eisenschmiede, wenn du Kupfererz hast, Kupferenschmiede, wenn du Kohle hast, Raffinerie. Und die Züge werden dann selbstständig sich Zugstationen raussuchen, wo sie hinfahren müssen, je nachdem, was sie geladen haben. Das war bisher nicht möglich, jedenfalls nicht ohne die bekannten LTN-Mods, also Logistic Train Network, LTN, genau. Das heißt, das ist eine sehr viel simplere Möglichkeit, euren Zügen eine Logik zu geben. Und wenn ihr das richtig einstellt, dann kann jeder Zug jede Aufgabe übernehmen. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal physikalische, also feste Items wie Eisenplatten usw. und Flüssigkeiten voneinander getrennt halten, weil die einen brauchen ja Waggons und die anderen brauchen Flüssigkeitswaggons. Okay, da ist ein kleiner Unterschied. Aber sonst, alles, was, ich sag mal, feste Gegenstände transportieren soll, die könnt ihr alle mit demselben Fahrplan ausstatten, indem ihr einfach sagt, fahr zu irgendeinem Bahnhof, wo Platz ist, sammle das ein, was da ist, guck dir an, was das ist und entscheide darauf hin, wo du hinfahren sollst. Das muss man einmal einstellen, je nachdem, wie das eigene Zugnetz aussieht, kann diese Anweisung allen Zügen geben und es funktioniert. Und das ist wirklich ein Game Changer, weil ihr nicht irgendwie gucken müsst, habe ich jetzt noch einen Eisenzug zu wenig oder habe ich Kupferzüge zu viel oder wo fährt eigentlich die Kohle hin, wer übernimmt das? Alle Züge machen alle dasselbe. Das heißt, die einzige Frage, die ihr euch noch stellen müsst, ist, brauche ich noch einen Zug mehr, um den Durchsatz zu erreichen, den ich haben will? Aber es ist nicht mehr an das einzelne Item oder den einzelnen Itemtyp gebunden, versteht ihr? Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. So, das Ganze führt aber dann zu einem kleinen Problem. Wenn potenziell alle Züge alles übernehmen können, dann kann es schnell mal passieren, dass eine Entladestation überfüllt ist und gerade von zu vielen Zügen angesteuert wird, weil die zum Beispiel gerade alle Kupfererze im Inventar hinten drin haben. Und alle wollen sie dann zum Kupfer das entladen und dann staunen sich da die Züge. Um das zu verhindern, gibt es jetzt eine von diesen speziellen Bedingungen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist für die Interrupts Destination Full or No Path. Sprich, der Zug guckt sich, wenn er losfährt, an, ist überhaupt ein Bahnhof verfügbar, der gerade auch Platz für mich hat beziehungsweise komme ich überhaupt zu diesem Trainstop hin? Ist der erreichbar? Und wenn das quasi mit Nein beantwortet wird, dann, beziehungsweise Destination Full or No Path wird mit Ja beantwortet, also es ist voll oder ich kann da nicht hin, Ja, kann ich nicht, dann soll es ein Depot geben, wo der Zug dann quasi hinfährt und dort einfach 30 Sekunden lang wartet. Und dann steht er im Depot und jedes Mal, wenn er aus dem Depot losfahren will, guckt er wieder sich seine Interrupts an. Und dann guckt er hinten rein und sagt, ja, ich habe immer noch Kupfer geladen. Ist denn jetzt ein Kupferding verfügbar? Und wenn er das wieder nicht findet, wenn wieder kein Entladestation für ihn bereit ist quasi, naja, dann fährt er wieder zum Depot, da steht er schon. Das heißt, er bleibt stehen, wartet wieder 30 Sekunden, überprüft den Interrupt wieder, bis er irgendwann sieht, ah, guck mal, da hinten am anderen Ende der Karte, da kann ich meinen Kupfer loswerden, ich fahre hin. Okay, also super gut. Es gibt jetzt also sogenannte Depots. Die Leute von euch, die mit Logistik-Train-Network-Mods spielen, die kennen das Prinzip sicherlich auch schon. Wupp, 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 wupp. So, das gibt dann hier noch ein weiteres, nettes, kleines Detail, das auch ein bisschen kompliziert ist zu erklären, aber ich versuche es mal. Ihr könnt für jeden Bahnhof ein Limit an Zügen einstellen, die maximal dorthin unterwegs sein dürften. Okay, sagen wir wieder eure Kupferschmiede, ja, da sollen nur höchstens drei Züge gleichzeitig hinfahren, dann ist voll, die anderen Züge sollen bei den Zippo. Das ging bisher auch. Ein Problem bisher war aber, dass diese Reservierung, die der Zug hat, also sagen wir, eure Kupferschmiede hat drei Plätze. Der erste Zug steht am Bahnhof und ist da und ist am Entladen und dann gibt es noch einen Zug dahinter und noch einen Zug dahinter. Also auch drei Züge, drei dürfen dahin. Wenn jetzt ein vierter Zug guckt, ob irgendwo eine Kupferschmiede bereit ist und leer ist, dann findet er die nicht, weil das Limit ist ja voll. Wenn jetzt der erste Zug seine Wartekondition überwunden hat und sagt, okay, ich darf jetzt weiterfahren, ich darf jetzt wieder zurück zum Kupfererz lagen und mir ein neues Kupfererz holen, der Moment, wo diese Wartekondition erfüllt ist, hebt er seine Reservierung auf. Und dann stehen offiziell nur noch zwei Züge bei eurer Kupferschmiede. Aber der Zug, der seine Reservierung gerade gelöscht hat, der steht ja physikalisch noch auf dem Gleis im Zughaltestationsbereich. Im besten Fall gibt er jetzt Gas und fährt weg. Im schlimmsten Fall darf er aber noch nicht rausfahren, weil die Strecke vor ihm nicht freigegeben ist, weil da gerade ein anderer Zug irgendwie eine Kreuzung passiert oder sowas. Das heißt, obwohl er seine Reservierung gelöscht hat, steht er da noch dumm rum. Es macht sich jetzt ein vierter Zug auf den Weg zu diesem Trainstop, obwohl da noch drei Züge stehen. Zwei haben Plätze reserviert, der ganz vorne hat keine Reservierung mehr und soll eigentlich abhauen, kann aber nicht. Der vierte Zug fährt hinten rein und dadurch bricht das ganze System zusammen, weil auf einmal eben, obwohl das Ding nur eine Reservierung für drei Züge hat, da insgesamt vier Züge stehen. Deshalb haben sie eine kleine Änderung reingebracht, dass jetzt der Zug seine Reservierung erst löscht, wenn er aus dem Bahnhof wirklich raus ist und das Segment, das, wo drin der Bahnhof liegt, das verlassen hat, also über die nächste Ampel hinausgefahren ist. Erst dann wird die Reservierung gelöscht, damit das auch alles ein bisschen reibungsloser funktioniert. Ist eine Kleinigkeit, aber absolut notwendig, damit das Ganze reibungslos funktioniert. Beide Sachen sind hier jetzt oben noch, die einfach sinnvoll sind und ein kleiner Spoiler auf die nächsten Friday Facts, also haltet euch fest, noch ein kleines Easter Egg für uns. Wir fangen mal an mit Interrupts are global. Soll heißen, ihr müsst diese Interrupts, die wir uns hier oben angeguckt haben, diese Dinger hier, beziehungsweise diese Dinger hier, nicht für jeden Zug einstellen, immer wieder neu, weil, stellt euch vor, ihr habt jetzt so eine Benzin, also eine Tankstellenkondition, quasi hier definierten, Tankstelleninterrupt und der checkt momentan nach Kohle. Jetzt seid ihr aber weiter im Spiel, jetzt sollen eure Züge Raketentreibstoff laden und dann müsstet ihr zu jedem Zug gehen und jedem einzelnen Zug sagen, okay, guckt nicht nach Kohle, sondern guckt jetzt nach Raketentreibstoff. Und das könnt ihr natürlich erst machen, wenn er das erste Mal quasi an der Tankstelle war und dann auch Raketentreibstoff drin hat, versteht ihr? Deshalb haben sich die Entwickler gedacht, okay, pass auf, diese Interrupts, die wir unten einstellen, die definieren wir ein einziges Mal und dann können wir einfach aussuchen, welcher Zug diesen Interrupt benutzen soll. Das heißt, jeder Interrupt ist einzigartig und wird identifiziert über seinen Namen. Das Ding hier heißt zum Beispiel Kohle Cargo, okay? Und jetzt könnt ihr einfach bei einem Zug auf Interrupts klicken, auf Add klicken und dann werden euch diese hier unten vorgeschlagen und ihr müsst da nur raufklicken und dann wird das quasi genommen. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ihr zum Beispiel von Kohle auf Raketentreibstoff umsteigt, dass ihr einfach nur in einer, in diesem einen Interrupt reingeht und hier oben dann umstellt, hier das Symbol von Guck nach Kohle, stellt ihr oben auf Guck nach Raketentreibstoff. Und da stellt ihr eben nur in dem Interrupt um und alle 35 Züge, die ihr im Einsatz habt, die brauchen ja alle Treibstoff, das heißt, die haben alle diesen Interrupt drin, werden alle geupdatet. Und ihr müsst nicht zu jedem der 35 Züge laufen und das händisch umstellen, sondern ihr habt nur diesen einen Interrupt, den ihr umstellt. Und der updatet sich automatisch in allen Zügen. Super gut. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Das ist Interrupt in Interrupts. Ja, ich scroll mal ein bisschen hoch, wir wollen gar nicht spoilern. Interrupt in Interrupts. Wir haben jetzt gesagt, dass wir mit diesen Interrupts dem Zug sagen können, ey, guck, was du geladen hast, wenn du losfährst. Und je nachdem, was du findest, fährst du zu der betreffenden Zughaltestelle. Das ist ein Interrupt. Und das ist ja nur eine temporäre Sache, die er sich dann reinschreibt in seinen Fahrplan. Dasselbe haben wir ja auch mit dem Treibstoff gemacht. Das heißt, immer wenn der Zug losfährt, guckt er jetzt, habe ich Eisenherz, dann soll ich zur Eisenentladestation. Habe ich zu wenig Treibstoff, dann soll ich zur Tankstelle. Was macht er denn jetzt, wenn beides quasi wahr ist? Dann weiß er ja nicht, was er machen soll. Im schlimmsten Fall entscheidet er sich, zur Eisenschmiede zu fahren. Weil beide in der Hierarchie, beide Interrupts sind ja gleichgestellt quasi. Und dann fährt er nicht zur Tankstelle, sein Treibstoff geht leer und er steht dumm auf der Schiene rum, weil er blöd war. Um das zu verhindern, gibt es dieses Interrupt in Interrupt. Das heißt, er steht dann am Zug quasi und guckt sich jetzt an, ich soll losfahren, wo will ich hin? Oh, ich habe Eisen geladen, dann soll ich jetzt zum Eisendepot oder zur Eisenentladestation. Und dann hat er diese Tankstellen Interrupt als Interrupt auf Interrupt quasi und geht dann noch eine Hierarchie, ein Level weiter nach oben und sagt, okay, aber bevor ich jetzt zur Eisenentladestation fahre, soll ich das Interrupten? Und wann soll ich das machen? Oh, wenn ich zu wenig Treibstoff habe. Ist ein bisschen schwer, sich das vielleicht einmal vorzustellen, aber das bedeutet eben, dass wir quasi diese generischen Züge trotzdem noch, die wir ja über Interrupts steuern, trotzdem noch quasi sagen können, hier, es gibt immer noch was Wichtigeres. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Und jetzt kommt tatsächlich hier noch dieser kleine Nebensatz, der kleine Nebensatz. Auf Deutsch also, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Dieser spezielle Fall wird extrem wichtig, diese Funktion, auf einem der Planeten, den sie noch nicht vorgestellt haben. Und deshalb werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber erfahren. Mal gucken, was das sein wird. Und ich weiß, Leute, all diese Änderungen sind schon ziemlich geil. Und ich sage es jetzt einfach, da kommt noch was Wetteres, noch was Geileres. Und das ist der nächste Punkt. Gucken wir nach unten. Train Groups. Wir werden jetzt in der Lage sein, Fahrpläne zu erstellen und Züge in Gruppen zuzuweisen, sodass wir dann nur einmal einen Fahrplan ändern müssen, der für alle Züge in dieser Gruppe gilt. Technisch gesehen ein bisschen falsch. Es ist eine kleine Änderung drin. Ich zeige euch das gleich. Also, wir haben hier zum Beispiel elf Züge, die den Fahrplan Eisenerz haben. Oder wir haben hier sieben Züge, die den Fahrplan Kupferplatten haben. Okay? Und dadurch können wir jetzt, wenn wir eine Änderung an diesen Kupferplatten haben oder sagen wir an diesen Kupfererz Schedule, ja, da sind neun Züge momentan im Einsatz. Sagen wir, wir wollen den zehnten diesen Fahrplan benutzen lassen, dann hauen wir einfach einen Zug auf die Schienen und sagen dem hier, du gehörst jetzt zur Gruppe Kupfererz. Und schon weiß er, was er zu tun hat und lädt alle wichtigen Informationen, die für ihn relevant sind. Das geht aber noch weiter. Denn wir editieren nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, wir editieren nicht quasi eine Fahrplan-Blaupause, die wir dann den Zügen geben, sondern wir können jetzt irgendeinen, was weiß ich, dieser neun Züge nehmen und wenn wir an diesem Zug eine Veränderung machen, betrifft das alle anderen Züge in der Gruppe. Das heißt, wenn Züge in derselben Gruppe sind, haben sie wirklich dieselben Fahrplan mit einer einzigen Ausnahme und das sind die temporären Haltestellen. Wenn ihr jetzt also irgendeinen von euren Kupferzügen gerade nehmt, weil er in der Nähe ist und ihr hijackt den, ihr fahrt ihn jetzt selber rum oder ihr sagt, ey du, fahr mal kurz jetzt zu der Station dahinten, temporäre Station, dann fährt er dahin und diese temporäre Station wird aber nicht von den anderen Zügen übernommen, sondern die machen einfach ganz normal ihre Routineprogramm und sobald euer Zug, den ihr jetzt quasi gekidnappt habt, sobald der bei der temporären Station war und ihr ausgestiegen seid, fährt er auch wieder normal weiter und macht genau dasselbe wie die anderen Achtzüge in seiner Gruppe. Das heißt also, ihr definiert dann einfach einen Zug, stellt einen Zug ein, sagt, ey du bist jetzt Gruppe Eisenerz und dann sucht ihr euch noch acht andere Züge, die ebenfalls Gruppe Eisenerz sein sollen und die machen dann genau dasselbe wie der erste Zug und ihr könnt danach irgendeinen dieser Züge nehmen und Anpassungen an ihm vornehmen, an seinem Fahrplan und alle anderen Züge, die derselben Gruppe angehören, werden automatisch geupdatet. Das spart so viel Zeit, kein mehr über die ganze Map laufen und jeden einzelnen Zug umstellen, das ist so tedious, das ist so viel Arbeit, mit Gruppen ist das nicht mehr schlimm und das bedeutet hier im letzten Schritt sogar, dass wir Züge auch ganz einfach, wenn wir jetzt hier Train Overview, wir haben jetzt einen Zug ausgewählt, den können wir jetzt hier einfach irgendeiner Gruppe zuweisen, ohne dass wir irgendwie groß Copy-Pasten müssen oder sonst irgendwas, wir klicken auf den Zug, sagen zu welcher Gruppe der gehört und fertig ist das Ganze. Ist das geil oder was? Moin Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hallo Schneidkeiter, Spoiler, das ist geil. Ganz unten kommt dann auch noch ein kleiner, ein kleines Bonbon, möchte ich es mal nennen. Nicht wirklich wichtig, aber trotzdem super nice, finde ich persönlich. Und zwar können wir jetzt Züge einfärben, das konnten wir ja vorher auch schon, aber wir können das jetzt machen, je nachdem, zu welcher Station sie fahren. Stellt euch vor, ihr benutzt jetzt dieses generische Zugsystem, ihr habt zehn Züge, die zu irgendeinem Bahnhof fahren dürfen, eingeladen werden, gucken, was sie hinten drin haben und sich dann ihren Zielbahnhof aussuchen. Welche Farbe wollt ihr diesem Zug geben? Aktuell könnt ihr sagen, alle Eisenerzzüge sind blau und alle Kupfererzzüge sind orange. Würde funktionieren, weil die ja immer dieselben Stationen anfahren. Wenn ihr jetzt aber zwei Züge habt, die beides machen, welche Farbe wollt ihr denen geben? Und das kann man nämlich jetzt machen, indem man bei der Farbe, wenn man hier die Farbe des Zuges einstellt, Use Destination Trainstop Color anmacht. Diesen Button gibt es noch nicht, den wird es dann geben. Ihr könnt das hier unten im GIF sehen. Sobald die Züge mit Kupfererz losfahren, gucken sie, zu welchem Bahnhof sie fahren und der Bahnhof hat eine Farbe. Und der wird jetzt sagen, ich soll Kupfererz irgendwo rausbringen und zwar am Bahnhof X und Bahnhof X hat die Farbe hier braun oder orange oder Kupferfarben eingestellt und dann übernimmt er die Farbe des Trainstops. Wäre er zu einem Eisenerzding gefahren und hätte das Eisenerzding halt eine blaue Farbe, dann hätte er sich jetzt selber blau gemalt. Das heißt, ihr könnt quasi mit einem Blick in Züge an euch vorbeifahren, mit einem Blick sehen, zu welcher Art von Bahnhöfen sie gerade unterwegs sind, wenn ihr euch die Mühe gemacht habt, das einzustellen. Wenn ihr nichts einstellt, dann werden alle Züge halt rot sein, weil das ist ja die vordefinierte Farbe. Super geile Änderung. Richtig, das wird richtig dafür sorgen, dass schön bunte Züge an euch vorbeifahren, wenn ihr da Bock drauf habt. Und persönlich, ich finde diese Änderung richtig geil. Ist nur ein kleines Bonbon, hat jetzt nicht so viel mit dem eigentlichen Gameplay zu tun. du geiler Fabrikgesitzer. Aber ich finde es super. Furor Germanic, der hat solche Muckis, Alter, das ist ein Tier, ich sag euch das. Blau machen kann ich mich auch. Ja, Furor Germanic ist das, glaube ich dir. Wir versuchen hier guten Qualitätscontent abzuliefern, von daher gehe ich hier nicht auf deine kleinen blöden Sprüche ein. Das ist alles Ablenkung. Das geht alles ins YouTube-Video. Sorry dafür, liebe eingeschworene YouTube-Community. bringt mich dazu. Lasst euch auch gerne mal auf Twitch blicken, dann können wir ein bisschen rumblödeln quasi. So, die Conclusion ist quasi, Entwickler gut, ja, Punkt. Wichtig ist noch, diese Features, die hier in diesem Blog-Eintrag angekündigt wurden, werden alle beim 2.0-Update auch im Grundspiel drin sein. Dafür braucht ihr nicht das Add-On. Das Add-On muss rauskommen, dann kriegen alle die Version 2.0. Alles, was hier angesprochen wurde, ist aber nicht anders an den Add-On-Content gebunden, sondern wird auch allen anderen Spielern zugutekommen. Und dann kommt hier unten noch eine wichtige Information. Normalerweise ist die Conclusion, ja, immer das letzte in dem Blog-Eintrag, aber wenn wir runterscrollen, sehen wir tatsächlich and more to come. Ja, es wird noch mehr Änderungen an den Zügen geben bei Version 2.0. Allerdings werden wir über diese Sachen erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Wir sollen also weiterhin gespannt bleiben. Sind wir, wir fliegen jetzt noch mal hoch, gucken uns die Kips an und das konkludiert dann für uns heute. Das Video ist relativ lang geworden, aber weil ich persönlich als alter Fließband-Fanatiker, Fetischist, Connoisseur, ja, selten mit Zügen spielen, hypt mich das ja trotzdem, weil damit könnt ihr fast genau die LTN, Logistic Train Network, Funktionen ins Base Game holen, ohne dass ihr eine Mod braucht und das auf eine, wie ich finde, sehr intuitive und sehr einfache Art und Weise. Ich bin gespannt, wie sich das dann im eigentlichen Spiel quasi anfühlen wird. Nochmal an der Stelle, herzlichen Dank für die Patrons, habe ich am Anfang schon mal gemacht, aber den kann man auch ruhig zweimal pro Video danken. Drückt gerne den Daumen nach oben, teilt das Video, blablabla, ihr kennt den ganzen Spaß, kommt mal in den Livestream, Link findet ihr unten und er geht einfach auf Twitch für Seno ein. Da spiele ich aktuell mit meinem kleinen Bruder eine Reihe, wo ich ihm bei seiner allerersten Factorio Fabrik helfe. Sehr geiles Projekt, da kommt heute tatsächlich auch der erste Part, wird released heute Abend und im Livestream spielen wir dann beide, das sind so bei 25 Stunden Spielzeit momentan. Lasst euch gerne blicken, ich bin der Seno, ich bin raus, viel Spaß mit Factorio 1.1 und später mit Factorio 2.0.